Und schaut mal, was ich euch da zeige. Das ist eine schöne Pflanze, eine sogenannte Christrose. Die blüht heute so schön und die Sonne scheint. Heute Abend, es ist gegen 17 Uhr, noch wunderbar von Westen her. Und vielleicht haben wir Glück und können ein Insekt beobachten, das sich an dieser wunderbaren Blütenpracht labt und stärkt. Jetzt wird ein bisschen die Vögel zwitschern. Ja, fein. Schön pfeifst du. Ja, prima. Gucken wir uns mal die Blüten an, ob man das noch besser sieht. Ja, toll. Man sieht die Blütenstände, die Pollen, was sagenhaft. Die Christrose. Guck du mal hoch zu uns ins Bild. Schön. Na, das wäre was, wenn jetzt mal ein Insekt käme. So eine Biene. Oder so eine Fliege, eine Schwebfliege. Das wäre ja toll, wenn die ersten Insekten kommen. Nachdem, ich meine Tausen. Also, diese Re Consorti. Warne. Warne.